Sehr gut. Egal, das ist bisschen kälter. Das kommt noch. Noch nicht stark genug. Oh fuck, ich will jetzt springen. Lass mich rein. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Noch ein bisschen stoppen. Das hat nicht wahr. Schön ist doch in die Reingekommen. So eine Scheiße. Wer lebt noch? Ich nicht. Ich glaube Tobi lebt noch. Wo hat Tobi sich versteckt? Ich lebe nicht. Ich habe mich versteckt. Der Pisser hat beide Türen auf. Achso, Finn lebt noch. Ist das ein Diogen? Nein, das ist kein Diogen. Der wäre schneller zu mir gelaufen. Wo versteckt sich Finn denn? Hier. Im Schrank. Ne, ne, ne. Der hätte ihn gerochen. Wäre das ein Diogen gewesen wäre, wäre er jetzt schon da gewesen. Okay. Frage. Du hast die Musikbox gezählt. Du dummer holst.